Ich hab aber, glaube ich, eine Gemüseprübe für das Ergiftung, damit man, damit man, ähm, wieder... ...das dann wieder entsprechend rumkommt. Damit man nicht so voll hat, dass man auf die Kühe geht. Deswegen muss man möglichst früh zusehen, dass man was zu essen bekommt. Und dann ist meistens um vier Soundcheck. Und dann muss man irgendwie um fünf, halb sechs essen. Und dann hat man so die zwei, drei Stunden vorm Auftritt eigentlich auch noch etwas zu tun mit Duschen und Umziehen und Einsägen und sowas. So was. Jetzt hört doch mal auf zu reden. Da! Das ist doch eh schon so schwer mit meinem Fäden-Talent, ihr. Ich finde, das sieht aber schon gekonnt aus ein bisschen. Ganz Anfänger seid ihr nicht.